Sie müssen jetzt verlassen. Geh, was Sie brauchen. Sie denken, es wird dauern. Aber was Sie möchten, Sie behalten, Sie besser gehen. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass alles still steht und nur die Züge sich bewegen? Mit wenigen Ausnahmen. Manchmal fahren sogar Autos. Ich stehe lieber. Die Modellwelt ist grausam. Von morgens bis abends versucht er rechtzeitig die Toilette zu erreichen. Er sitzt vor seinem Bier, kommt aber nicht dran. Da kann man schon verrückt werden. Sie kennen sicher den Traum, in dem man wegflähen will aber nicht vorwärts kommt. Der arme Mr. Wilson, nicht er fährt die Lok, sondern die Lok fährt ihn. Und den Kohlenstaub, der ihm in die Augen fliegt, kann er nicht wegwischen. Die Passagiere am Bahnhof versuchen jedes Mal in ihren Zug zu steigen. Es gelingt ihnen nicht. Der Reindeer-Arm ist all going home. Der Lover, der hat nur aus der Tür. Schon wieder nicht. Alle mühen sich, keiner kommt vorwärts. Ohne Bewegung macht auch das keinen Spaß. Die armen Tiere kommen auch nicht vom Fleck, sie schreien. Kein Wunder haben alle eine Macke. Und das ist dann doch wieder so wie im echten Leben. Und noch etwas. Modelleisenbahnen haben einen Hang zum Kitsch. Auch ich habe Internet und sehe andere Modellwelten. Da gibt es wahre Kunstwerke, häufig aber mit großer Kunstfertigkeit gemachte Kitschwerke. Wenn ich die zwei Rehlein am Waldrand sehe, ist es nicht mehr weit zum rührenden Hirsch über der Sofaecke. Bis zum nächsten Mal.